Ah, die Ultimate, Flash dann, trotzdem der Kick, Jessler ist down, Memento mit dem Kill. Im heutigen Lamia Grande Team Spotlight schauen wir auf AdHoc Gaming. Anders als viele andere Teams in der Prime League blieb AdHoc Gaming in ihrer Zusammensetzung bestehen. Statt auf frisches Blut setzt das Team diese Saison auf Erfahrung ihrer Spieler und ihre individuelle Stärke. Das derzeitige Highlight des Teams stellt aber Jungler Memento dar. Ganz allein wäre es für ihn aber nicht möglich. Besonders der erfahrene Kern aus Xio und Freeze ermöglicht es ihm so richtig herauszustechen. Gute Absprache und cleveres Timing macht jedes Early-Game zum Memento-Game. In Kombination mit Scarface auf der Top-Lane und Camelius als Supporter konnte das Team bereits mehrere Siege in dieser Saison einfahren. Aber dann hat er natürlich das Gold wieder auf sich. Ah, die Ultimate, Flash dann, trotzdem der Kick, Jessler ist down. Nichts am Team zu ändern scheint sich bewährt zu haben. Derzeit sieht es gut für das Team aus. Die extra Zeit wurde sinnvoll genutzt, um Fehler zu erkennen und auszumerzen. Also im Spring-Split mit AdHoc hatten wir ein paar Probleme einfach zusammenzufinden, Synergie aufzubauen. Also das gleiche Spiel spielen, weil viele haben ja eine andere Sicht aufs Spiel. Andere wollen das machen, andere wollen das machen. Wir müssen uns irgendwie einigen und auch in der Kommunikation ein bisschen kontrollierter sein. Nicht, dass es so Chaos ist. Ich denke, das werden wir aber gut hinbekommen, nächsten Split. Wir haben jetzt einen Split zusammengespielt. Wir können das, denke ich, sehr gut benutzen. Ich meine, wir haben fünf individuelle sehr gute Spieler und werden versuchen, nächsten Split auf alle Fälle anzugreifen, den Titel zu holen und auch EU-Masters zu kommen. Dem Ziel EU-Masters kommt der europäische Mix auch immer näher. Der Langzeitplan von AdHoc scheint sich ja so auszuzahlen. Um den Erfolg dieser Saison auch sicher in der Tasche zu haben, ändert Top-Laner Scarface auch seine Strategie außerhalb der Spiele. Ich glaube, diesen Split lasse ich einfach Trash-Talken und so. Oder Leute, Flame oder so. Es hat immer nicht so Glück gemacht. Trotz einem starken Anfang muss das am längsten bestehende Roster in der Prime League jetzt noch bis zum Schluss durchhalten. Dann ist das Ziel EU-Masters diese Saison auch erreichbar. Das Ziel EU-Masters